Sturm oder Nichtsturm? Das ist hier die Frage. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Sonntag hier bei wetter.net. Mal rechnen das amerikanische Wettermodell, mal das europäische Wettermodell. Für das nächste Wochenende eine stürmische Wetterlage. Meine persönliche Einschätzung, da kommt überhaupt kein Sturm. Am Ende bleibt uns das hoch erhalten. Aber das werden wir uns in den kommenden Tagen noch öfters mal genauer anschauen. Heute Morgen auf jeden Fall war es ja eisig kalt. Wer ist eigentlich schon wach, postet gerne mal eure Frühtemperatur hier unter diesem Wettervideo. Ja, kippt da was, kippt da nix, kippt was, kippt nix. Wir gucken mal rein, wie ist der aktuelle Stand bei den Wetterkarten. Wir gucken auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Sonntag. Das Hoch Vangelis liegt genau hier über Mitteleuropa und bringt uns heute einen freundlichen Herbsttag. Auch bei uns in Deutschland scheint meist den ganzen Tag die Sonne vom nahezu wolkenlosen Himmel herab. Aber heute Morgen gibt es teilweise noch dichten Dunsternebel. Also nicht nörgeln um 7 Uhr oder 8 Uhr. Bei mir ist es aber neblig. Es kann noch ein bisschen dauern, bis die Sonne rauskommt. Aber dann ist es heute wirklich weit verbreitet ein recht schöner Herbsttag. Stellenweise wird es aber erst am Nachmittag freundlich werden. Das kann auch passieren. Besonders in der Donau. Da kann sich der Nebel am längsten auch noch halten oder am Rhein. Auch hier gibt es stellenweise sehr zähe Nebelfelder. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 15 bis maximal 20 Grad. Die Nacht auf Montag ist dann teilweise wieder kühl. 7 bis 4 Grad werden da gemessen. Ein bisschen wärmer im Südwesten um die 10 Grad. Und stellenweise bildet sich wieder verbreitet dichter Dunst oder Nebel. Der muss nicht genau hier an dieser Stelle auftauchen. Der kann auch mal in Landesmittel auftreten. Das ist überall so ein bisschen, wo Nebelgefahr ist, ist die Sicht auch eingeschränkt. Und da muss man wirklich morgen früh dann doch vorsichtig unterwegs sein. Und stellenweise kann es wieder Bodenfrost geben. Auch morgen am Montag zunächst Dunst oder Nebel. Aber dann verbreitet wieder viel Sonnenschein. Und es wird richtig warm. Im Süden 20 bis 22 Grad. In der Sonne gefühlt 24 oder 25 Grad. Ja, ist denn noch Sommer? Nach Norden etwas kühler, Temperaturen 16 bis 17 Grad. Hier viele Wolken. Und teilweise weht hier auch noch ein frischer Wind. Der Dienstag ebenfalls. Es wird zäh mit dem Nebel. Die Sonne muss kämpfen. Aber wenn sie rauskommt, steigen die Temperaturen so auf 14 bis 21 Grad. Bei Dauernebel stellenweise auch nur um die 11 oder 12 Grad. Also die Sonne hat schon langsam ein klein wenig schwerer. Wir schauen auf den Mittwoch. Der bringt dann wahrscheinlich mehr Sonnenschein. Es kommt ein bisschen mehr Wind auf. Und deswegen löst sich der Nebel eher mal auf. Die Temperaturen dann auch ähnlich. 15 bis 18, 19 Grad. Am Oberrhein auch schon wieder bis zu 20 Grad. Hier auch unter Donnerstag. Es bringt einfach keine Wetteränderung. In den nächsten Tagen weiterhin goldenes Oktoberwetter. Auch am Donnerstag nach Nebelauflösung, Dunstauflösung. Temperaturen bis zu 19, 20 Grad. In der Südhälfte in der Mitte 17 bis 18 Grad. Der Norden hat mal wieder ein bisschen das Nachsehen. Zum Teil dichter Dunst oder Nebel den ganzen Tag über. Dann Temperaturen gerade mal 14 oder 15 Grad. Was aber auch noch relativ angenehm ist für die aktuelle Jahreszeit. Und dann der Freitag. Neuer Versuch. Ein Kippen der Wetterlage. Ich mache mal ein großes Fragezeichen dahinter. Es könnte Regen geben aus Westen. Temperaturen im Westen 14, 15 Grad. Im Süden noch mal freundlich bis zu 20 oder 21 Grad. Und wir schauen auf das Wochenende. Wir sehen, richtig kühl wird es nicht. 14 bis 18 Grad am Samstag. Am Sonntag 15 bis 21 Grad. Dann schon wieder mehr Sonnenschein. Und der Montag danach auch immer noch relativ warm. Sogar noch ein bisschen wärmer. Im Süden bis zu 23 Grad. Sonst 17 bis 20 Grad. Also der goldene Oktober. Vor allem die Wärme im goldenen Oktober. Die will sich erst mal überhaupt nicht aus Deutschland zurückziehen. Ja und gestern haben wir noch eine Prognose gezeigt. Für kurz nach Mitte Oktober. Da hätte es kühler werden sollen. Um die 0 bis minus 2 Grad in 1500 Metern Höhe aus nordwestlichen Richtungen. Und was ist jetzt draus geworden? Das krasse Gegenteil. Plus 12 bis plus 16 Grad in 1500 Metern Höhe zur Monatsmitte. Nichts mehr mit Kaltluft-Einbruch. Das krasse Gegenteil würde kommen. Ja, Potzblitz. So wird es irgendwie nichts werden mit der Abkühlung Richtung normale Temperaturen. Und wir schauen auch gleich mal auf die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Und da ist vor allen Dingen nach hinten raus, wie es so schön heißt, die Streuung immens. Da gibt es einzelne Läufe, die gehen auf minus 5 Grad runter. Ja, ich sag mal so, die Minderheit geht auf minus 5 Grad. Aber ganz viele gehen rauf auf 15, 16 Grad in 1500 Metern Höhe. Es geht wahrscheinlich doch sehr warm weiter bis zum 23. Oktober im Norden des Landes. Dann dieser eine Wärmeberg noch. Und der Regen, der wird weiter nach hinten weggeschoben. Ab und zu mal ein paar Regensignale, die da zu sehen sind. Und im Wächter gibt es auch nicht viel Neues zu sehen. Es bleibt alles beim Alte. Hier die Temperaturen in 2 Meter Messhöhe um die 15 bis 20 Grad im nächsten Tag. Donau bleibt es dann meist so um die 15 Grad und das bis zum 23. Oktober. Aber auch da gilt, das Rausche wird einfach größer. Da gibt es ein paar Prognose, die gehen in Luft bis 20, eher ne 20 Grad. Aber da gibt es auch mal Nachttemperaturen, so um die 5 Grad und ein bisschen drunter. Aber so richtig kalt willst du nicht wäre bis zum 23. Oktober. Aber das sind wir ja schon gewöhnt bei uns. Heute Morgen ist es zwar kalt gewesen im Wächter. Meine Oma hat gesagt, es ist so kalt, du geh dem Joes Loch zu. Aber die nächsten Tage wird es eben erst mal wieder milder wäre bis zu 20 Grad. Beim Rehen, jo, Rehen ab dem 14. 15. Ein paar Signale für Rehen, für Niederschlag. Aber so richtig viel will du auch nicht vom Himmel runterkommen. Und im Osten, da bleibt es insgesamt auch ähnlich. 15 bis 20 Grad in 2 Metern Messhöhe. Danach die Temperaturen ebenfalls. Oben die 15 Grad im Mittel. Die Rotliehe zeigt es uns. Auch hier kein großer Temperatursturz. Aber das Rauschen ist auch hier vorhanden. Zum Teil einzelne Läufe bis zu 23, 24 Grad. Und das nach dem 17. 18. Oktober. Viel zu warm für die Jahreszeit. Und beim Regen, naja, viel ist nicht in Sicht. Ab und zu gibt es mal ein paar Niederschlagssignale. Die großen Regensummen sind aber hier auf der Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell nicht zu sehen. Wir blicken nach Süddeutschland bis zum 23. Oktober. Da ist schon so ein bisschen mehr Niederschlag mit dabei. Auch in den nächsten Tagen ab und zu mal ein paar Schauer Richtung Alpenrand sind da möglich. Aber auch hier sind es echt nicht die ganz großen Regensummen. Und die 2 Meter Werte meist um die 15 bis 20 Grad. Später um die 15 Grad. Oder bleibt es dann auch bis zum 23. Oktober. Und wir blicken in die Landesmitte hinein. Und hier tut sich auch relativ wenig bei den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Erst geht es mal rauf auf 10 Grad. Dann wieder runter auf 0 Grad. Und dann bleiben wir meist recht konstant bei 5 bis 7 oder 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Und der Hauptlauf der klassische Ausreißer. Bis zu 15 Grad sogar nochmal am 17. Oktober. Naja, ob das so kommt, wie gesagt, Ausreißer ist ein Ausreißer, ist nicht sicher. Und beim Niederschlag auch in der Landesmitte. Ziemlich wenige Signale für Regen bis zum 23. Oktober. Also, viel Kälte ist dann nicht in Sicht bis Monatsmitte und auch danach nicht. Vielleicht ein bisschen Sturm und Windpotenzial für das nächste Wochenende. Ich wage es zu bezweifeln. Meine persönliche Abschätzung, das Hoch regeneriert sich wieder. Und es geht also weiter. Vielleicht auch bis zum Monatsende. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Macht was draus. Geht raus. Abschalten hätte Peter lustig gesagt. Tschüss, bis bald.